und immer noch fröhlich ist. Du willst ein bezahlbares E-Bike, aber nicht auf Qualität verzichten? Hol dir dein E-Bike bei Fahrrad XXL, Deutschlands größter Auswahl an Fahrrädern. Entdecke über 300 verschiedene Marken und profitiere von bequemer Ratenzahlung oder attraktiven Leasingangeboten. Gehe jetzt auf fahrrad-xxl.de und spare bis zu 30% auf dein E-Bike. Auf fahrrad-xxl.de Spare über 1000 Euro auf dein Carbadrift E510 auf fahrrad-xxl.de Jahr für Jahr landen fast 13 Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Ozeanen. Dieser Müll bedroht den Lebensraum der Tiere, setzt beim Zerfall Treibhausgase frei und kommt in Form von Mikroplastik in unsere Nahrungskette. Damit ist Plastikmüll letztlich eine Gefahr für unsere eigene Existenz. Lasst uns zum World Oceans Day am 8. Juli ein Zeichen setzen und beim Einkauf auf Plastik verzichten. Finde heraus, wie du dich an der Aktion heute plastikfrei beteiligen kannst. Auf orangeocean.org Ein fast unerreichbarer Ort. Wir tauchen ab zu den Mysterien des Ozeans. Zu Geheimnissen, die sich weit unter seiner Oberfläche verbergen. Eine atemberaubende Vielfalt an unterschiedlichsten Lebensformen. Erlebt mit National Geographic Wild eine ganz neue Welt mit vielen fantastischen Dokumentationen. In der Woche der Meere. Täglich ab 22.05.30 Uhr. Heute, meine Güte, beim Umgang... Tobias, hast du Lust auf einen Spaziergang? Sehr gerne, aber geht nicht. Ich habe wieder Beinschmerzen. Oh, das kenne ich. Du brauchst Revitive. Das ist der Durchblutungsstimulator, der meine Beinmuskeln aktiviert. Wie eine Pumpe. Fördert den Blutfluss und lindert Beinschmerzen, Krämpfe und Schwellungen. Und das ganz ohne Medikament. Da hat wohl jemand Revitive für sich entdeckt? Na klar. Versucht wohl dran zu bleiben. Entdecken auch Sie Revitive. Es könnte Ihr Leben verändern. Jetzt risikofrei testen. Jahr für Jahr landen fast 13 Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Ozeanen. Dieser Müll bedroht den Lebensraum der Tiere, setzt beim Zerfall Treibhausgase frei und kommt in Form von Mikroplastik in unsere Nahrungskette. Damit ist Plastikmüll letztlich eine Gefahr für unsere eigene Existenz. Lasst uns zum World Oceans Day am 8. Juli ein Zeichen setzen und beim Einkauf auf Plastik verzichten. Finde heraus, wie Du Dich an der Aktion heute plastikfrei beteiligen kannst. Auf orangeocean.org Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai gefressen zu werden? Sehr gering. Aber die Chancen bei Hai Life etwas Neues zu entdecken, sind riesig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Superhelden mit Haien tauchen zu sehen? Oder kann Ross Edgley schneller als ein Hai schwimmen? Schalte ein und finde es heraus. Hai Life ab 16. Juli 20.15 Uhr auf National Geographic Wild. Seit 15 Jahren entdeckt National Geographic Wild die großen und die kleinen Wunder der Welt. Das ist ein Grund zum Feiern. Das wird die größte, kleinste und wildeste Reise für jung und alt. Gemeinsam mit unseren Lieblingsexperten. Durch die spektakulärsten Highlights aus 15 Jahren. Am 30. Juni und 1. Juli auf National Geographic Wild. Saga. Heute. Das kann ich. Beim unglaublich flexiblen Dr. Pohl. Lass auf. Ärger auf der Farbe. Vorsicht.